Schweren Schrittes Schnee das Einzige, was ihm bei seinem Spaziergang durch die Kälte noch Licht spendet. Knirschend drückt er bei jedem Schritt den Schnee unter seinen Schuhen weg. Der eisige Wind durchdringt seinen dicken Mantel und lässt den Mann frieren. Trotz Mütze, Schal und Handschuhen lässt die eisige Kälte ihn innehalten. Ein vager Blick gegen den Himmel, als er ein Knirschen neben sich vernimmt. Mit klopfendem Herzen sieht er sich um. Um ihn herum nichts als weiße Erde, die mit der Dunkelheit verschmilzt. Ein letzter Blick zum klaren Sternenhimmel, ehe er sich umdreht und sich auf den Heimweg begibt. Von der Dunkelheit begleitet, überquert er erneut die weiße Decke des Feldes. Der Nachgeben der Schnee unter seinen Schuhen ist wieder deutlich zu hören. Skeptisch bleibt er stehen. Das Knirschen seiner schweren Schritte verstummt. Doch der Wind trägt ein Geräusch mit sich zu seinem Ohr. Er denkt ein leistes Tippeln hinter sich gehört zu haben. Beim Blick nach hinten jedoch nichts als enttäuschende Leere. Verwundert setzt er seinen Weg fort mit Vorfreude auf das Licht seines Zimmers und das warme Bett. Laut klimpernd lässt er seinen Schlüssel im Schloss drehen und drückt die Türe auf. Mit einem tiefen Seufzen legt er Mütze, Schal und Handschuhe auf die Kommode. Erleichtert atmet er auf beim Ablegen des schweren Mantels. Leichtfüßig stolpert er die Treppe hinauf. Müde taumelt er den hell erleuchteten Flur entlang ins Bad. Kelchförmig hält er die Hände unter dem Wasserstrahl und wäscht sich schnell das Gesicht. Mit dem Griff zum Handtuch hält er in der Bewegung inne, als er ein lautes Klicken hört. Rufend fragt er, ob jemand im Haus sei und schmunzelt über sich selbst bei dem Gedanken, dass er doch alleine lebe. Das Handtuch, nach dem Abtrocknen wieder an den Haken gehangen, schaltet er das Licht aus und begibt sich ins Schlafzimmer. Ein eisiger Hauch begrüßt ihn vom offenen Fenster aus und er wundert sich, da er es vorher doch geschlossen hatte. Fröstelnd schließt er das Fenster, welches mit einem lauten Knicken einrastet. Erschöpft und müde, lässt er sich ins weiche Bett fallen und seufzt ein letztes Mal. Das letzte Licht, welches von der Nachttischlampe ausgeht, erlischt nun auch und erschließt seine Augen. Doch ein leises Tippeln lässt ihn wieder aufsehen. Er richtet sich auf und tastet blind nach dem Schalter der kleinen Lampe. Angst erfüllt ihn, als er erkennt, dass der Raum nicht vom Licht durchflutet wird. Das Tippeln ertönt erneut. Angestrengt startet er in den Raum. Seine Augen sind nicht fähig, etwas zu erkennen. Ängstlich tastet er nach der Schublade des Nachttisches. Mit einem kräftigen Ruck zieht er diese hervor und bergt eine kleine, silberne Taschenlampe. Hastig dreht er diese in seinen Händen, bis er den Schalter findet. Durch das Aufblitzen des Lichtes schließt er wiederwillig die Augen. Mit zusammengekniffenen Augen glaubt er, einen großen Schatten zu sehen. Er hält die entscheidende Lampe auf den Schatten. Doch von diesem keine Spur. Ein lautes Knacken ertönt im Flur und er sitzt mit weit aufgerissenen Augen auf der Matratze. Zitternd richtet er sich auf und schleicht vorsichtig zur Türe. Dunkelheit durchflutet das Haus, welches nun von dem kleinen Schein der Taschenlampe durchbrochen wird. Langsam setzt er einen Fuß vor den anderen und spät in den Flur. Am Rande des Lichtkegels glaubte er etwas Dunkles die Treppe hinunterschweben zu sehen. Er richtet das Licht auf die Treppe, doch dort ist nur kalte Leere. Trotz der Angst, die in ihm aufsteigt, beschließt er hinunter zu gehen. Ein lautes Poltern in der Küche lässt ihn zusammenzucken. Durch seine neugierige Triebene nähert er sich dem Kücheneingang. Ein lautes Knurren lässt ihn jedoch innehalten. Mit zittriger Hand lässt er den Lichtkegel über die Einrichtung der Küche tanzen. Für einen kurzen Augenblick kann er eine Reihe von scharfen Spitzen aufblitzen sehen und ein weiteres Knurren ertönt. Vor Schreck lässt er die Taschenlampe fallen, welches ihr Licht auf etwas Dunkles in der Mitte des Raumes wirft. Ehe er sehen konnte, was sich dort in der Küche befindet, sprintet er hinauf in sein Schlafzimmer. Im Schutz der Dunkelheit reißt er die Schranktüre auf und quetscht sich hinter die Jacken und Mündel. Er versucht die Türe schnell zu schließen, doch seine Füße sind im Weg, sodass ein winziger Spalt offen bleibt. Er hält seinen Atem an und lauscht den Geräuschen. Ein Stapfen lässt die alte Treppe knarren. Ein Stapfen mit einem reißenden Unterton, als würden Klingen die Tapete schneiden. Kalter Angstschweiß läuft ihm am Rücken hinunter und er hört die Geräusche näher kommen. Mit angehaltenem Atem versuchte er durch den kleinen Spalt einen Blick in den Raum zu werfen. Doch alles was er erkennt, ist ein dunkler Schatten, dessen Schwärze sich sogar noch von der Dunkelheit abhebt. Nun ist alles um ihn herum in vollkommene Schwärze gehüllt, ein Knurren ertönt und alles was er sieht, ist ein weißer Augapfel, der ihn durch den Spalt hindurch tief in die Augen schaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017